Noch steht er! Guten Morgen! Lenk mich am Arsch! Ja, eigentlich wollte ich jetzt nur nicht filmen, aber... Alex, was ist denn eben mir da drinnen im Tankstelle passiert? Um es doch mal zu übersetzen, dass ihr es versteht. Was ist mir eben in der Tankstelle passiert, meinte der Sascha. Der Sascha hat sich einen Kaffee geholt. Der Kaffee hat ihn auch direkt wach gemacht, weil er nämlich auf dem Boden ausgekippt hat, quill über meine Hose. Geil! So muss der Tag beginnen, Leute! Aber da habe ich eine nette Frau da drin, Dankeschön! Habe ich einen zweiten bekommen. Er war voll knuffig. So eine knuffige Omi. Das hat die aber bestimmt nur gemacht, weil die ihr Schiff nicht da war. Ja, das wird immer ein lustiger Tag in unserem Krankenbleiben. Lustig? Den Kaffee, der am Boden lag. Machst du einen Counter unten? Nee. Perfekt. Das ist ein Kind. Ich schicke! Das ist dann aber schmerzt. Ich begrüß dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja klar, ich habe Lohn. Oh Alex, guck mal! Kaffee! Ich glaube, das wäre heute der beste Witz überhaupt. Immerhin hatte ich jetzt auch meine Latte, zumindest an der Hose. Geht's weiter heute Morgen? Und, was hältst du bis jetzt vom Park? Ach ja, noch bin ich eigentlich ganz süß. Noch? Ja, mein Wagen dreht sich jetzt schon um, aber... Ja. Okay. Schnell, Park, mach gleich zu! Ich renn nicht erst. Gibt's ja auch ein Karussell zum drehen? Ja, es gibt eins! Alex? Nachher. Okay. Das macht mit dem Magen nichts. Burg Feigenstein. Der Barbecue-Grill. Und die echt geilen Preise für den Schnitzel. Alter Vater! Da kriegst du bei uns solche Schnitzel. Kannst du im Grillhaus den Wohnarzt kaufen? Ja, auch nicht. Ja, das macht das. Oh, die Holliswilde Autofahrt ist weg! Gott sei Dank! Guck mal, da wächst sogar schon Gras! Guck mal, das Holliswilde Wiese! Ja, das ist ja so, wie du auch bist. Ja, ja. Deswegen hatte ich verbruch gemacht. Deswegen ist einfach zu werden. Ich hätte ja gerne... Hey, dieses Jahr gibt's gar nicht die Ostereier-Suche. Ich weiß noch, letztes Jahr lag hier mitten auf dem Weg ein Osterei. Ja, keiner hat's gefunden. Rotling! Sexy Musik! Oh, Schatzi, lass dich leider an! Letztes Jahr war doch da oben so ein perverser Sturm, weißt du noch? Oh ja! Ja! Oh, ein kleines Kettenkarussell! Oh, das fahr ich auch! Ja! Oh, ist er offen? Oh mein Gott, er hat offen! Alex, es hat offen! SkyStreet hat offen, dass ich das noch erleben darf! Hurra! Und jetzt will ich zum Eingang kommen, geschlossen! Super Wirbel! Der Rest davon! Die war sicher cool, die beiden! Boah, das wird lustig! Ja, die Essrega funktionieren! Ich liebe dich! Voll! Das ist so geil! 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 Bilder! Und Alex, was meinst du? Alter, das Ding ist hammergeil! Aber viel zu kurz! Ja, das zeigt irgendwie jeder viel zu kurz. Drei Fahrten sind wir jetzt gefahren. Hier? Noch vier, oder? Nee, zweimal so und einmal anders da. Stimmt, ja. Es sind jetzt gerade drei rund ins Skystream gefahren. So, und jetzt kommt der neue Themenbereich, The Beach Club. The Beach Club. The Beach Club. Mit dem Lighthouse Tower. Oh, Schatzi, komm jetzt entspann nicht, ich hab auch Höhenang. Oh, Schatzi. Mie, 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 mie. Ach, das war der neue Themenbereich, der Beach Club. Der Beach Club? Der Beach Club? Der Beach Club? Sehr cool. Bei Beach Club raus, das passt, ey. Drei, wenn schon drei, bitte. Boah, aber sehr nett geworden hier. Ja, sieht geil aus. Ja, sieht geil aus. Flüchtig. Flüchtig. Flüchtig, gell? Was ist denn hier? Da ist da so eine Wasserstelle? Ne, das ist so ein Boot, Karussell. Sieht cool aus. Auf geht's nach effizient damit blick. Der Weg sieht jetzt viel besser aus als das vorher. Was heißt das Null Null? Sind es die Minuten oder einfach so... Das ist genug. Ah, hier ist ein Fenster, hups. Ich will das nicht fahren. Alter, was ist das denn hier? Müssen wir hier durchlaufen? Scheiße. Hallo, wir haben gewagt gestanden. Wesens haben wir schöne Musik. Ich finde das doch jetzt nicht alles, ich bin nur nicht beschucke. Das war's, das war ein voller Erfolg. Ciao. Das ist schon ein schöner rosa Sonntag, Alex, oder? Ich bin am Arsch. Der kleine Nachteil an dem Teil leider war, wir mussten warten bis wir 14 oder zumindest 13 Personen sind, da ist das Ding losgefahren. Wir sind glaube ich jetzt eine halbe Stunde dringend gesessen und haben nichts gemacht. Oh, wir waren zu, Schatzi. Lustig. Ja, guckt euch das on-ride beim Alex im Video an, ich verlinke es dann in der Beschreibung. Ich habe mich köstlich amüsiert. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Das war's. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ich bin. Ja, ich bin. Das ist dann das gleiche Film. So, jetzt fahren wir den Skyfly, auch wenn ich ihn immer noch scheiße finde. Es ist leider so, Entschuldigung. Oh, ich habe so einen scheiß Husten vom Lachen oben. Tobias, der rote Baron. Grüß an Tobi. Tobi. Grüß an dich. Aber Alex, du musst dich nicht von mir verbeugen. Mit die Presse. Oh, scheiße. Nee, ist zu voll, Alex. Lass es lieber. Schnell, Park macht gleich zu. Oh, süßigkeit. Oh, wie geht es? Ich habe es beim Lachen gefallen. Ja, 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 ja. Skyfly ist scheiße, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Nur kurz auf dem Kopf. Halt die Lapp. Ich habe es geschafft. Das ist doch bescheuert, ey. Vor allem heißt es immer, ja, mach so, mach so, das muss man es nachmachen. Ich finde das Ding immer noch scheiße, ey. Ich weiß, ich weiß, ich habe es nicht mehr. Ich weiß, ich habe es nicht mehr. Rikis Blick. Da ist auch ziemlich viel los. Schatzi, Schatzi, Hallo, Hallo. Du bist nicht Schatzi, du bist auch nicht sein Schatzi. Hey, ich wollte dich eigentlich nicht was fragen, deswegen habe ich mich umgelegt. Ja, ja. Hallo. Hallo. Huuu. Jetzt bestimmt voll wie sonst was. Du oder die Bahn? Ich sowieso immer. Du sagst doch immer was mir bestimmt. Hallo Schatzi. Hallo. Du bist süß. Schöner Park, mach gleich zu. Schneller. Wir rennen Kevin. Was war das denn jetzt? Oh mein Gott eine Cola Station. Geil. Immer noch 325. Alter fuck ist das voll. Ironie aus. Die Bühne will jetzt gemeinsam schließen. Gemeinsam. Was ist das da hinten? Was ist das da hinten? Was ist das da hinten an dem Zug zu Qualm? Ich glaub schon. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ohhhh. Blöder Ort für eine Evakuierung. Was ist das? Alex, woran lags? Hm? Woran lags? Woran lags? Woran lags? Man sagt immer, woran hat's hier liegen? Du musst einfach den Zug anschieben. Letztes Mal Skyscream, wo gar nicht offen hatte und jetzt Skifahrs, kurz bevor wir fahren konnten, geschlossen. Alex ist schuld. Machen wir jetzt den Vivo Tower. Wir mussten jetzt länger anstehen fürs Essen als Skifahrs, als wenn sie gefahren wär. Wenn wir jetzt ins Phantasialand gelaufen wären, da was zu Essen bestellt hätten, das wiederbekommen hätten und um die hierher gelaufen wären, dann wären wir schneller gewesen. Größer so am Finger. Der Christ ist nicht mehr geschmolzen. Ich will gar nicht bei mir reingucken. Was ist das denn? Wie komisch aus. Versuch Nummer 2. Oh, der Hügel. Diesen Hügel hochzukommen. Ich meine natürlich Skifahrs zu fahren. Er war jetzt nicht so voll besetzt wie vorhin. Mal sehen, ob wir es jetzt schaffen oder ob es nochmal eine Störung gibt. Wenn ja, geh ich nach Hause. Weil die fetten Leute einfach draußen bleiben. Wenn sie die Bremse nicht packen. Ach, ich find's einfach noch geil. Ich sag vorher, wir können uns nochmal anschieben helfen. Was haben die mir sicher gemacht? Angeschoben. Gesichts-Lifting vom Allerfeinsten. Ach, schön. S3, GeForce, lustig. Lustig? Lustig? Nein, ich mach keinen Counter. So, was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung. Nancy, was machen wir? Gar nicht. Guck mal. Nächster Halt, Freefall Tower. Hiya. Hallo. Ja, ich hab auch mal einen Tropfen ab. Deine Freundin ist beschäftigt. Weil der Angst, dass das Vogelscheiße ist. Wenn du auch einen Tropfen abkriegst, ist es okay. Ihhh. Das ist doch eine scheiß Abmeldung. Ich hab's nicht gesehen. Haha. Der Kaffee von der Tanke war auch gut. Zumindest auf der Hose. Du weißt nicht, was du meinst. Oh Gott, was ist das für Musik? Oh, ich fühl mich so cool. Ich mach das Teufelszeichen. Alter ist hier voll scheiße. Ja, jetzt bist du offen. Geil. So, und jetzt gehen wir zu den Brandpfeilen mit der einstößenden Mauern. Die Alarm schlägt. Burg Falkenstein. Oh, dieses herrlich bricht in Wasser. Was ist mit dir, du Penner? Nichts. Alles schön in Rei und Glied. Ja. Ja, ich lieb gesagt. Gatsi. 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 Ich war hier schon mal. Ja, 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 ich war hier schon mal. Du kommst hier. Du lauf. Ups. Du mir zahlst ja gar nicht von den Gewalt. Der hebt eine Mülltöte in der Hand. Das ist mir sehr wichtig. Alarm! Die Schieße mit Krampfpfeilen, die Mauer stürzt ein. Alarm! Die Schieße mit Krampfpfeilen, die Mauer stürzt ein. Alarm! Die Schieße mit Krampfpfeilen, die Mauer stürzt ein. Aaaaaaauuuu! Scheiße, ist hier viel los. Gut, dass man nicht so lange warten muss. Sag doch nicht immer was Falsches hier. Hier ist voll viel los. Ja, tut die gut. Das ist schon schraubend. So, was hat da nicht funktioniert? Vieles. Sehr vieles. Ja. Aber mehr als letztes Mal. Letztes Mal keine Alu war ich letztes Jahr. Da hat weniger funktioniert. Ja. Ja. Man kann es nicht drehen. Es dreht sich nicht. Hauuuu. 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 Ist ja langweilig. Meini, bist du satt! Oh nein! Oh Scheiße! Oh nein! Du wirst da leicht nass, Sabrina. Ach, die Jacke, die regelt. Oh, oi, oi, oi! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Nein, dreidig! Ja, ja, ja! Ah! Nein! Ah, das ist kalt! Oh, oh! Oh, oh! Ist das die Röwe? Mann, oh! Oh, oh! Ja? Nein! Nein! Ich hab Angst! Schieb nicht! Ey, wenn du schießt, hol ich dir die Zähne einzeln raus! Mir ist leicht kalt! Ach, nee! Nee! Leute, hab ich aber Glück gehabt jetzt! Ich bin mal bei Donnerfluss nass geworden, das ist mal ein Wunder! Ein Wunder! Ich bin mal nass geworden in Donnerfluss! Das ist wirklich mal... Ich bin mal bei Donnerfluss nass! Ich bin mal bei Donnerfluss nass! Ja, läuft! Thomas, ich will mit dir! Nur, dass es jetzt kalt ist! Wir laufen jetzt langsam Richtung Skyscreen und es fängt an zu pinkeln! Köln ein bisschen! Wollen wir wieder mal Lighthouse Tower fahren? Nein! 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 Einfach nein! Eine gute! Skystream, alles schön und gut! Wenn die Hose aber nass ist, ist es nicht schön! So kalt war es! Ja! So kalt! Zombie Sachen! Komm, beweg dich Schatzi! Ah, die Nase ist schon kaputt! Nicht! Alter, was ist denn los auf einmal? Achtung! Nehm deine Aufricht-Gesichtsposition ein! Nicht! 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 Jetzt kommt das Beste! Nach der fünften Fahrt, muss ich doch sagen, reicht es ein bisschen! So, nach der fünften Fahrt, muss ich doch sagen, reicht es ein bisschen! Ja! Schon cool alles, aber nach einer Zeit, ne! Guck mal, Blut! Geil! So, weil es jetzt scheiß Wetter gibt, gehen wir jetzt in den Beachbereich, mal ein bisschen Sonne tanken! Und warum willst du mich denn schon wieder? Da muss ich es nicht sagen! Du fauler Sack! Wunderbar! Hallo, YouTube! Ihh, YouTube! Mein Video ist besser! Klippisch! Alter! Wegen dem scheiß Wetter, gehen wir doch nicht zum Beach, wir gehen ins Meierland! The Beach! The Beach! Let's go to the beach, eat, let's clear! Ja, und dann fahren wir da Flip oder so, oder keine Ahnung, wilder Baumstamm! Oder warte, wir flippen aus! Das war so schlecht! Und diese Bill, die ich meine, nennt sich Maja! Kleine, dicke, fette Maja! 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 Hörl, erzähle uns von Dudix.de! Jaak! Jaaaaa! Im Regen blirts toll Flip zu fahren! Er Willi ist auch schon froh! Er flippt man... Flip der Grassschüpfer! Und sein Bruder Philipp der Gras-Kraucher. Guck mal! Die Nella! Hallo Nella! Hallo Nella! Ah, der ist trocken. Marius, klatsch den einfach mal. Klatsch ich zu. Darf ich nie. Doch, darf ich, ich erlaub's dir. Tschüss Schatzi! Tschüss! Ich hab vergessen, dass das Ding so unkomfortabel ist. Oh, fuck! Ah! Ich hab ein Kranfebein! Au, ich hab ein Kranfebein! Au, au, au! Mein Rennpferd! Komm, lasst uns vollstecken spielen! Oh, der legt sich ja richtig in die Kurve, hab ich ja vergessen. Schatzi! Flip, folge dem süßen Poli da drüben. Hallo! Ei, ei. Hallo! Gäh, gläh, gläh! Ei, ei, ei. Hallo Maja! Hallo, ich halte sie! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, au, 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 nee, das machen wir nicht. Ui, 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 lasst uns versteckend spielen, komm, lasst uns versteckend spielen, warum bin ich der Scheiß eigentlich mit? Latsi! Hi! Haha! Schnell, Park, mach gleich zu! Komm zurück, komm zurück! Gut festhalten, nicht dass du rausfällst. Wuuu, abschlagen! Wow, dat Slow-Mo. Haha! Sippen! Haha! Warte, warte, warte! Mach die andere, da kann ich stehen! Warte, warte! Tschüss Hase. Komm zurück. Ich hab die Maus gezeigt. Ich hab nichts dazu. Das ist schlecht. Jetzt komme ich Hunger. Oh, Schatz. Use me in my round, baby. Vielleicht sind wir warm. Nix. Kennt hier keiner, das mich beruhigt. Du kannst doch nichts. Alte Presse. Ich kann nicht mehr. Boah. Hol schon mal eine Ecke, wo ich hinreihen kann. Alle wach. Der war noch sauber. Ich kann nicht mehr. Hol schon mal einen Wisch-Mob. Was fahren wir jetzt? Äh, wir spielen Pokémon GO. Wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt und spielen Pokémon GO. Wir froschen jetzt einen. Wir fahren Frösche. Die Frösche. Die Frösche. 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 Cola. Frösche. Hier, ich hab ein 10 Kilometer Ei bekommen. Was, 10 Kilo Ei? Alter! Freunde, sie haben einen Frosch da drüben! Hallo! Wow! Wow! Meine Böse ist sauer! Hui! Da war nichts mehr! Uiuiui! Das ist voll schlecht! Ich glaube, die sauer ist falsch! Versuch mal, gerade zu filmen! Ah! Wo bist du? Quark! Quark! Ah! Kohle raus! Quark! 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 Uiuiuiuiui! Uiuiuiui! 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 Wisst ihr? Diese Dolings.de ist ein kleiner Schisser, wenn er das jetzt nicht fährt! Selva schuld! So eine Posse! Obwohl ich auch langsam das Gefühl habe, dass ich kotzen muss! Sieht man ihn? Ich seh ihn grad nicht! Ich seh ein Alex in Gebüsch! Ich möchte aber nicht innen sitzen! Ich wollte außen sitzen! Außen ist Schlummer! Nein! Aber ich hab bei Dancing Vigi auch innen gesessen! Und das fand ich voll lange! Noch ein bisschen sitzen! Nach dem Baumstamm! Das erste Mal, dass es mir wirklich schlecht wurde! Ich glaube, es war doch ein bisschen viel auf einmal! Ja, hab ich aber Cola! Das geht ja noch! Ja, schlecht warum! Was machen wir jetzt eigentlich, Schatzi? Ich habe jetzt nicht zugehört! Keine Ahnung! Ich bin doch noch kurz! Sei ich nicht bereit? Dann geht es los! Wohin? Ja, wir sind jetzt hier im Restaurant! Keine Ahnung! Und ich wurde eben von dem Mitarbeiter da drüben erkannt! Nikolas, wenn du siehst, Hi! Hallo Nikolas! Mich hast du nicht erkannt! Ja, weil sie nicht wissen. Das geht nicht! Das geht nicht! Geht nisch. Geht nisch. Salat. Oh, jetzt geht er los. Schnell, Park macht euch zu. Schokoladenkrepp. Das ist wirklich Nutella. Ja. Ich muss wirklich sagen, das ist wirklich Foodpork von aller Feins. Der Salat von diesem ist sehr geil. Hm, kann man halt nicht. Ja. Da drückt er alles einfach mal so drauf. Auf einmal kriegen wir... Einfach so. Wir haben nichts gezahlt. Komm, Jackpot. Oh, nur neu. Ich bin ganz klar. Komm, Jackpot. Oh, oh, oh. Oh, oh. Schatzi. Wir wollen direkt durch. Es geht grad weg. Schatzi. Okay. Umsonst. Alter, ich hab noch nie mal einen neuen Spiegel bekommen. Ich bin einfach dran vorbei. Geil neues iPhone. Geil neues iPhone. Christian. Ey. Kannst du grad sagen. ne. Guck mal. Guck mal. Nach einem Trip in Flugburg-Falkenstein. Und dem sein Glück-Click... Glück. Ja. Glück muss man haben. Es kommt immer dann, wenn man es nicht erwartet. Die ganze Story auf meinem Kanal. Donix.de. In deinem Video. Immer noch in der Beschreibung. Deswegen. Wenn euch das Automa... Wenn euch das... Das Automat. Wenn euch das Leben eurem Automat gibt. Drückt drauf. Wir gehen jetzt nochmal zu Skyscream. Obwohl ich mehr Bock auf GeForce hätte. Aber ja. Ein bisschen schon genug. Skyscream gefallen. Aber scheiß drauf. Äh, ja. Ja, wir gehen jetzt Skyscream. Meine Sock ist übrigens vom Donnerfluss immer noch nass. Ein bisschen. Und da eigentlich hinter mir spackt ein bisschen rum. Das ist nur die ganze Zeit, glaub ich. Du läufst gerade wie so ein Opa. Weißt du gerade eigentlich? Mir egal. Ich bin ein alter Opa. Was denn? Hi. 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 Tschüss. So wie damals beim Tobias schon. Weinprobe. War die Probe gut vom Weinen? Oh Gott. Du musst mich jetzt beim Alkoholismus filmen oder was? Wo ist das jetzt? Die kommen aus dem Europapark. Die kennen das nicht. Da gibt es sowas nicht. Wir kommen nicht aus dem Europapark. Wir kommen von YouTube. Auch. Ja. Beite. Beite, ja. Das ist immer geilste Schuss von... Cheerio, Miss Sophie. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Oh Gott, nee. Jetzt muss ich bloß nur die Kamera fliegen lassen, nee, mach ich nicht. Tschüss! Kotz in die Kopfschuss. Okay, die Weinprobe und 2x Skystream ist keine gute Kombination. Mir ist gerade kotzübel ohne Scheiß. Entschuldigung. Oh Gott! Alter, fuck! Dreimal hintereinander! Es war so toll! Dreimal? Es war zweimal? Ja, sie waren ja vor uns noch. Achso, stimmt, ja. Oh Gott, scheiße! YouTube-Ghost-Balloon-Race! Das dreht sich jetzt! Auf geht's! Nein, das dreht sich jetzt! Guck mal Blümchen! Blümchen! Herz! Ah, ein Herz! Ja, Blümchen! We're flying high! We're flying high up! To the fliege! To the fliege! Flick over Lens! Nee! Ich will, ich meine sehr her! Oh Gott! Ja! Ich war jetzt nicht in diesem Jahr! Nein, das ist ja! Nachdem die anderen jetzt eine Runde Skyfly gefahren sind, gehen wir jetzt endlich zu T-Force, jawoll! Der Weg, ich hasse ihn! Der Schlimmste an G-Force! Phantasialand in klein! Mini Phantasialand! Und noch ohne Taron und Raik und Geisterrückscha und... Komm, weiss, keine Ahnung! Was ist das Problem da? Aber die Kassen doch besser! Oder nicht? Weiss, keine Ahnung! Der Weg von Expedition G-Force ist die Bahn der Wettrekorde! Der krasseste Lieberkunde des europäischen Kontinents! Der Weg von Expedition G-Force ist die Bahn der Wettrekorde! Der krasseste Lieberkunde des europäischen Kontinents! Der krass! Es ist veganer! Oh! Daff Maul! Und wie heißt der noch mal? Ich hab noch nicht gesehen! Daff Irgendwas! Daff Wader! Dann steht's da drauf Geh mal geschützte Musik Hier riecht's nach Schwimmbad Pfff Nee? Der Fisch, der Fisch, warte Oder der Fledermauskuss Ah, wir passen alle zusammen, Alter Jetzt müsstest du einen bitten Hallo 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 Tabaluka Hallo Tabaluka Hey Tabaluka, schau mal Wir haben Besuch Ja tatsächlich Herzlich Willkommen in Grünland Servus Wenn ihr wollt, komm ich mit euch Und zeig euch unser Wunderschönes Grünland Gute Idee Hier wird wieder was im Schilde Passt bloß auf, dass ihr nicht zu nah an die Eiswelt fahrt Das ist doch ein Pokémon Okay, ich krieg das schon mit, ne? Ich mach dann Neu Den Grashalm Was für ein Grashalm? Der Wegweiser ist weg Der Wegweiser ist weg Der Wegweiser ist weg Der Wegweiser ist weg Das ist doch nicht immer hier drin Wegweiser Ich melde mich dann nochmal im Auto Falls man noch was Irgendwie so Und wir gucken Jetzt Alex hat Habe auf den Kopf Yay Warte, welche war meine Diefen? Das ist ja das Scheiße Ah Uh Uh Ich melde mich auch so Ha 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 Oh Oh mein Gott Ha 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 Alle mit rein Alle mit rein Alle mit rein Die haben uns übrigens erkannt Wie ist das? Ha 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 Ein Bild vom alten Eingang Wie es vorher aussah Wie es vorher aussah Er war heute noch Schance Äh Guten Tag Hallo So, äh Wir sind jetzt auf der Heimfahrt Setzen Alex und Sabrina Bei Alex ab Und fahren dann wieder zurück in die Schweiz Äh Mein Vater zum Park Ich war ja letztes Jahr schon öfters da Ist lustig gewesen Heute Tag Lustig Von Anfang Wegen Kaffee Bis jetzt Ich hab heute wirklich meine Grenzen Äh Mitbekommen Dass ich nach neunmal äh Nach neunmal äh Sky Scream schon äh Mir übel war und alles mögliche Kann auch im Wein liegen Ja aber war heute ein lustiger Tag Lustig Lustig Ist nicht richtig Ja Kennt man ja auf meinem Kanal ne Abonniert auch nix eh Und mich Auch wenn ihr mein Video grad seht Also Kann ich sagen Das war's mit dem Video Wenn es euch gefallen hat Schreibt ihr die Kommentare unten ein Denn die Daumen geben einem Arsch vorbei Gut auch sein Video Ich pack's in die Verschreibung Ist so süß Ist so süß Ist so süß Aber handelt mich gut Leute Ja und am Ende schreibt ihr wieder ein Buch So ist mein Kanal stinkt oder so Danke für 1.000 Abonnenten auf Youtube Wuuu Danke für fast 1.300 Und wenn sie schon 3.300 sind Hat sie gefallen Sabrina? Ja war super Scherzi Ja Ok dann bis zum nächsten Mal und tschau Tschüss 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 Tschüss